Name? Matthew Taylor. Alter? 30. Herkunft. Herkunft? Aus wo ich komme? Nachbar? Ich komme aus Kalifornien. Deine Position? Stürme. Welches Spiel wirst du nie vergessen? Gegen Bremen werde ich nie vergessen. Welche Rituale gibt es für dich beim Fußball? Gibt es keins. Wäre ich kein Fußballprofi dann? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Weltreisen oder irgendwo in Kalifornien was machen. Welche Idole hast du? Auch kein festes Idol. Was ist für dich das Besondere beim SC Preußen Münster? Ja, der Fans, die Stimmung. Ich habe schon für viele Vereine gespielt und hier in Münster ist es immer vorwärts. Drumherum gibt es immer was los hier in Freien und es macht Spaß hier zu spielen. Was findest du an der Stadt Münster positiv? Es ist eine ganz schöne Stadt. Zentrum und Asien und mit so vielen Fahrrädern. Das kriegt man das Gefühl, dass immer was los in der Stadt. Okay, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.